Diese hier zum Kauf angebotene neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Augsburg-Hochzoll. 2015 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 346.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Es ist einfach nur eine große Herausforderung. Das war es ein sehr, sehr viele Schlafzimmer. Hier wurde es für die Vereinbarung eines Besonderes. Es ist ein sehr, 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 sehr. Vielen Dank.